Ich mochte das Labor so gerne. Ich mochte die Ausstattung und diesen Raum, da habe ich mich wirklich wohl gefühlt. Der war mit sehr viel Liebe und sehr viel Details ausgestattet, sodass man viele Spielmöglichkeiten hatte. Was erstaunlich war, wir hatten ja immer lebende Tiere in den Käfigen, die natürlich nicht immer so stillgehalten haben, wie man sich das gewünscht hat nebenher. Also da war immer viel los. Das war ganz schön.